Hi, heute mal hier im Race Fitness Club in unserem Crossfit Raum, hier bei unserem Drill Sergeant. Moin ihr Nuschen. Der Drill Sergeant drillt mich jetzt mal das Tau hoch und ja mal schauen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wer von euch auch schafft ohne Beine das Tau hoch zu klettern. Und dann noch mal wieder auf den Weg, wo ihr den Weg habt. Und dann geht's, wenn ihr den Weg habt, dann geht's und dann geht's. Und dann geht's, wenn ihr den Weg habt.